Ok, hallo, grüß euch aus dem 5-Sterne-Wellnis-Tempel Stock in Finkenberg. Wir sind jetzt da, der Janin, der Hansen, kommt doch gleich. Machen wir damit auch jetzt mal ein bisschen Exko-Programm, damit ihr Ahnung habt, wenn ihr ein paar Übungen nachmachen könnt. Wichtig ist natürlich immer die Atmung, hoch tief, wirklich den Impact geben. Genau, wirklich diese Stoßbewegungen. Andere Seite jetzt. Genau. Neun, zehn und nochmal hier, schön die Beine öffnen, schön tief gehen und unten hoch tief. Letzten vier, drei, zwei, eins, go. Jetzt gehen wir jetzt mal über Kopf. Wichtig ist dabei wirklich über Kopf gehen und schön, jawohl, aufwechslende Bewegung. Sehr gut. Tief gehen dabei. Kurze Bewegungen, genau. Ja, super. Ok, jetzt hier. Hoch. Ja, richtig schöne Kick Box für die Beine. Hoch. Als weder. Hoch. Hocht. Hoch. 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 Letzte. Oh Gott. Jetzt hier hinten. Gut, was für den Rücken jetzt, pass auf hier, gehen tief, Handfläche nach vorne und nach oben, langer Rücken, Knie leicht gebeugt, hinter dem Stehen gleich weiter, ja, ein bisschen auslockern, runden, 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 kleine runde Rudern, dann öffnen, schließen, Beine dazu, kreuzen, ja, genau, two, bam, das ist gut, nehmen wir schön ab, ja, sehr gut, jetzt gehen wir nach unten, die Schulterbrücke, und auch hier, so, super, extra Training, wenn wir so viel stark, Finkenberg, das ist der Traum, ja, Okay, gut, dann noch, zum Abschluss noch den Schäfer, Bauchschäfer, die Talie, schräge Bauchmuskulatur, eine Minute, und schön abnehmen, und locker ausschwingen, so.